Leidenschaft, Vorbereitung und Durchhaltevermögen sind die drei Tipps für Erfolg. Diese habe ich von Starmagier David Copperfield mitbekommen. Warum diese drei so wichtig sind, warum du Leidenschaft haben solltest, warum du dich vorbereiten musst und warum Durchhaltevermögen am Ende des Tages darüber entscheidet, ob und wie schnell du erfolgreich wirst, wie du das alles für dich umsetzen kannst und was es dir noch bringt, um zielgerichteter deine Wünsche in Erfüllung zu bringen, das verrate ich dir jetzt auf www.normen-kraeter.com im Blog.